Musik Nach meiner Roomtour jetzt noch ein ganz kurzes zweites Video, in dem ich euch nur davon informieren will, dass ich jetzt einen zweiten Kanal aufgemacht habe, nur für Clash of Clans. Einige, die das Spiel einfach nicht so interessiert haben, haben gesagt, hey, mach doch einen extra Kanal auf. Und ich habe mir gedacht, eigentlich haben sie recht, weil ich hier zu Clash of Clans keinen Bezug dazu habe und ich ständig Videos mache, der fühlt sich da sicher gelangweilt, beziehungsweise am Ende de-abonniert er mich noch. Will ich natürlich vermeiden, heißt auf diesem Kanal mache ich jetzt weiter App-Reviews, wie es bisher der Fall war, stelle euch neue Produkte vor und gebe euch Tipps und Tricks. Zusätzlich mein neuer Kanal nennt sich Brennerchen-COC. Blende ich euch jetzt hier den Link ein, könnt ihr direkt draufklicken oder auch unten in der Videobeschreibung. Und da werden in Zukunft einfach Videos zu Clash of Clans kommen, seien es Angriffsvideos, Tipps zur Verteidigung, Update-Videos, wie ich jetzt heute schon ein Video gemacht habe. Wer es auch in Sachen Clash of Clans in Zukunft up-to-date bleiben will, der kann gerne auch meinen zweiten Kanal abonnieren. Und für alle, die das Spiel nicht interessiert, auf diesem Kanal, also sprich auf Brennerchen13, wird es in Zukunft dann keine Clash of Clans-Videos mehr geben. Würde mich freuen, wenn ihr sowohl meinen Kanal hier als auch Brennerchen-COC abonniert und die Videos fleißig positiv bewertet und mit Freunden teilt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Wochenende. Ciao!